Manche Menschen fühlen sich verlassen und vergessen, einfach ungeschützt. Manchmal ist dieses Gefühl so stark in ihrem Leben vorherrschend, dass sie wirklich mit körperlichen Schmerzen darauf reagieren, mit Krankheiten, mit Unwohlsein. Es kann wirklich sein, dass es da in der Kindheit früher diese Situation gegeben hat, wo dieses Kind verlassen und vergessen oder ungeschützt war. Vielleicht ist es aber auch nur eine Interpretation des Kindes von damals, dass es das so empfunden hat, obwohl es nicht wirklich so war. Aber dieses Gefühl hat sich im Unterbewusstsein eingeprägt und es ist mitgenommen worden mit in das Erwachsenenalter. Und heute leiden die Menschen immer noch darunter, dass sie dieses Verlassen und Vergessensein und dieses Ungeschütztsein in ihrem Leben haben. Auch Kinder Gottes berichten davon, dass sie manchmal mit diesem wirklichen Feind zu kämpfen haben in ihrem Leben. Ich habe darüber gebetet und ich habe mit dem Herrn darüber gesprochen und ich habe wirklich danach gefragt, was gibt es in der Bibel für ein Wort, was genau in diese Situation hineinspricht, was dir als Rema-Wort dienen soll, wenn du in so einer Situation bist, dass du denkst, ich bin verlassen, vergessen, ungeschützt. Da steht in Jesaja, vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes? Sollte selbst diese vergessen, ich werde dich niemals vergessen. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern sind beständig vor mir. Der Grund war der, dass Zion diese Frage gestellt hat oder diese Feststellung getroffen hat, ich bin verlassen von Gott. Und Gott antwortet selbst darauf, auch wenn eine Mutter ihr Kind vergessen sollte, was man sich im normalen Verlauf überhaupt nicht vorstellen kann. Eine Mutter kann ihr Kind eigentlich nicht vergessen. Selbst wenn das passieren sollte, sagt der Herr, so werde ich dich doch niemals vergessen. Denn in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Das ist schon eine Vorausschau für das, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Er hat dir auf Ewigkeit zugesagt, dass er dich niemals verlassen und dich niemals vergessen wird. Ich wünsche mir wirklich, dass es für manche ein Rema-Wort wird. Ein Wort, was genau in deine Situation passt. Wo du das Wort nehmen kannst. Wo du dir vielleicht dieses Bibelwort abschreibst als Erinnerung und dir das einsteckst, dass du es dann zur Hand hast, wenn wieder dieses Gefühl und diese Gedanken von Ich bin verlassen. Niemand kümmert sich um mich. Ich habe eigentlich keine Sicherheit. Wenn das wiederkommt, dann nimm dieses Wort von Gott. Wenn auch ihre Mutter ihr Kind vergessen sollte. Ich will dich niemals vergessen. Ich werde dich nie vergessen und dich niemals versäumen, spricht der Herr. Und das spricht er dir ganz besonders heute zu. Ich wünsche dir, dass du das erfassen kannst im Glauben, dass du es mitnimmst und umsetzt und dass du weißt, Gott hat mehr für mich.